gute und herzlich willkommen zu einer neuen folge oder ein zu einer neuen kanalvorstellung heute ist der black tree lp dran black tree schwarzer baum hat daher dieses ding ausgefüllt und dann war er bei mir und jetzt ist er dran black tree apple fährder der kommt gleich zum banner hier das gefällt mir ganz gut auch dieses abonniert als stempel oben drüber fällt mir relativ gutes schlicht gehalten ich stehe pflichte sachen ganz einfach das ding fast gleich nicht so das logo aber kann man vielleicht noch ein bisschen verbesserungsmütig wenn man auf den kanal kommt kriegt man leider keinen kanal trailer er hat zwar hierfür die 30 abos an techno nichts gemacht weil er auch musik nebenbei macht aber meiner meinung nach gehört hier ein kanal trailer hin ich bin der verfechter des kanal trailers auch kapas kanal trailer verfestigung ja es ist wichtig in den paar sekunden die man hat oder ein paar minuten die man hat den leuten zu zeigen was man denn tut es ist immer am besten man hat hier so einen kleinen zusammenschnitt von dem was man schon gemacht hat und knallt da die besten szenen rein oder so also ich bin verfechter davon und ich stehe da einfach drauf also mach bitte einen kanal trailer finde ich viel besser da spricht die leute auch mehr an denke ich so die über uns seite hallo liebe leute willkommen auf meinen kanal ich bin florian 16 jahre und komme aus sachsen anhalt ja was mache ich ich mache hauptsächlich let's plays sehr schön aber da noch mal ein bisschen drauf achten auf die rechtschreibung und die satz stellung ne florian also doch mal überprüfen bitte danke er hat 106 abonnenten und 1549 aufrufe dabei ist er 24 2013 freunde und partner hat er hier unten verlinkt und keine abos sichtbar sehr gut liegt nur ab sehr gut finde ich gut wir gucken mal wie ihr denn so upload also so ich das sehe macht er so alle paar tage im video oder zwei und das sieht eigentlich gut aus jede woche hat was drin manchmal mehr manchmal weniger kommt man wahrscheinlich auch an was er gerade so zu zocken hat auch mich sieht hier auch die crisis ist drin titanfall rast dann haben wir noch ein bisschen die musik für zwischendurch ist von seinem zweitkanal wohl und die geserter verlinkt finde ich auch gar nicht schlecht dann haben wir mal viel bäst und ja krasse kreis ist eigentlich das spiel was sie jetzt am meisten hat jetzt ich bin ein würfel das ist auch heute kenne ich überhaupt gar nicht gut aber er hat schon ganz gute upload geschichten und gefällt mir ganz gut so die playlisten was für mich gehört dass sie die blöden sind ja hier ein kleiner scherz an der playlisten sind für mich auch sehr wichtig er hat die playlisten für crisis feed the beast let's play battle schieffel die sind medieval und war auf der wikings was mir hier fehlt mein lieber black tree lp was ist denn mit titanfall was ist denn mit rast warum ist es da nicht drin macht doch für die auch ein bisschen was was passend ist auch nur auch wenn es nur die beta ist nur sechs teile hast aber das ist doch viel besser wenn es übersichtlich ist wenn einer lässt sich im durchweg angucken kann das ist der sinn von playlisten dass er da einfach drauf klicken kann und noch was zu dem minecraft viel bis neun videos sind da drin aber hier sind wir schon bei teil 14 also bitte haut da was rein ist viel besser ok wir werden uns jetzt auch noch und ach so ja noch hier was ich doch daher da so die playlisten über die auch hier von immer mit einbinden ist in den übersicht also kanal trainer neues videos und dann playlist übersicht damit die leute einfach wissen was auf dem kanal abgeht so wie immer hören wir jetzt oder sehen wir auch einen kleinen ausschnitt viel spaß dabei und ja ich muss sagen dieses spiel ist unglaublich cool weil ja es macht einfach übe laune man kann ja herrscher mal eine wand laufen ja man hat halt halten so hoch und es rennen nicht nur normale spieler nein es rennen auch so eine minion zum herr da werden wir direkt angeschossen ich will mir hier eigentlich die typen die karten die kann man auswählen und jetzt sehe ich die feinde da drin soviel zum video also wenn er spaß hat und euch den angucken wollt klickt ihn und abonniert ihn und du black tree lp fleisch ein paar dinge die ich gesagt habe umsetzen dann dann wird das was ja schon 106 abonnenten die folgen und das ist auch ganz gut so du hast jetzt noch ein mehr also dann meine leute klickt einen guten black tree lp guckt ihn euch an und wenn er euch gefällt abonniert ihn so wie immer einen kleinen aufruf irgendwelche anregen sonst irgendwas bitte in die kommentare da stehe ich drauf ich möchte wissen wie das ankommt und wenn ihr euch bewerben wollt dann auf meine seite gehen und auf meiner seite seht ihr oben im banner einen link da drauf klicken kleine vier punkte ausfüllen und dann seid ihr schon in der liste drin also macht's gut bis dann euer zocker papa und gut so oui sind am ende der folge angelangt ich hoffe ihr hattet spaß wenn ja dann bitte licken kommentieren und abonnieren um keine weitere folge zu verpassen oder ein neues projekt ich wünsche euch wie immer viel spaß noch bis dann euer zocker papa und wie immer